Komm, komm, komm! Was für ein Unpass war das nur! Oh, ich bin in 2-1! Was meinen Sie, was jetzt hier los ist? Ronaldo Neuer! Good evening and welcome to the road to Istanbul on a snowy and stormy road that welcomes the teams of Bayern Munich and Paris Saint-Germain here in the Allianz Arena for the first leg of the Champions League quarterfinals Bayern against PSG Der Ball kommt auf den ersten Pfosten, verlängert nach hinten Latte! Und die Chance ist da! Kylian Mbappé, 0-1, dritte Minute! Flanke von Kimmich rein! Das Goretzka aus einem Meter köpft der Navas an! Zurückgelegten Schuss und Pavard! Der prüft dann wieder mal Navas die nächste gute Chance! Fahne bleibt unten! Und die Riesenchance! Und 0-2! Marquinhos! Pavard mit der Flanke in die Mitte, die kommt da! Da ist das Tor! Da ist Erich! Maxime! Schubbo-Thing! Und was für ein wichtiger Treffer! Kimmich flankt den Ball gut rein! Müller! 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 Tor! 2-2! 60. Minute! Hochverdient! Hochverdient! Mbappé! Mbappé! Und he scores! I don't believe it! Paris Saint-Germain with a smash and grab win 3-2 against Bayern Munich in a game Bayern Munich should have won so comfortably that is unbelievable! Good evening and welcome to Champions League football! Second leg of the Champions League knockout quarter-final matches between PSG and Bayern Munich 2-3 against Bayern Munich Mbappé manages to get past Benjamin Pavard pass into the center is picked up by Neymar first fantastic chance Jetzt Sané am 16er kann abziehen und knapp vorbei Mbappé legt ihn in die Mitte und da ist Neymar Neuer ist draußen Neuer unglaubliche Tat gegen Neymar das brauchen wir Neymar Neymar nur außerhalb der Box und Neymar mit einem fantastischen Schuss gegen die Crossbar unglaublich Neymar mit einem Schuss gegen die Post oder nicht Thomas Müller mit David nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne oder Lange Köhle da Herr auf der hat hier verletzt er hat vor T T Es hat jeder Wiede nun vorbei! Es sind die beiden letzten noch Verbliebenen. Die liebenden Champions-League-Sieger in diesem besonderen Champions-League-Turnier. Game on! Es braucht sich nicht, den direkt zu nehmen, und Müller mit dem Tor! Das ist die Defense, auf der linken Seite, und es ist ein All-Goal von David Alaba. Der Bayern, Dabry auf Perisic, im 16. Perisic auf die Spitze. Oh, Ivan Perisic! Leon Goretzka zu 16. Amri! Das ist der 3-1! Game on! 4 zu 1! Suarez, das war gut gegen Bortek! Noch ein Tänzchen. Zack, auf den Verdacht er noch! Von C. Davies gegen alle! Was für ein Tor! Coutinho! Coutinho! Und Lewandowski! Fahne bleibt unten! Coutinho! Coutinho mit dem Schaden! Fernandes! Und da ist noch mal Philippe Coutinho! 8 zu 2! Das ist ja Wahnsinn! Und jetzt ist Schluss! Ein großes Spiel der Bayern! Die Chaun! In der Zeit! In der Zeit! Untertitelung. BR 2018 Escutero, Bernier, Achtung, Riesenchance für Sarabia, die größte des Spiels. Pablo Sarabia, Sevilla führt. Ribery, abgefilgt, Ausgleich. Fünf Minuten nach dem Rückstand. Und in der Mitte ist Vázquez. Und Martínez. Müller. Und da ist Martínez. Ribery. Und das Pass, total bleibt wieder abgefällt. Tiano ist da, die Bayern sind vorne. Der ist gut, der ist wirklich gut. Topparade. Das ist los, Auswärtssieg. Es kann losgehen. Und der Pass zu Lewandowski. Das ist ja eine Grenze zur Notbremse gewesen. Am S. Erste Chance für die Bayern. Kimmich, Lewandowski. Oh, da hat sich wehgetan. Wow, beste Gelegenheit. Ribery mit dem richtigen Haken im richtigen Moment. Parade von Zoria. Und da klärt Raffinia im letzten Augenblick. Und Raffinia bringt den Ball auf den zwei Pfosten. Oh, ganz starker Angriff der Münchner. Und leppig an die Pelote, Bermarrega. Er sendet den Kopf, der Lari. Der Rekord, der Travesaño. Martínez. Oh, was für eine böse Nummer. 0-0, der FC Bayern steht im Halbfinale. Oh, die Möglichkeit. Zwei, unterkannte Latte, Benzema. Und die Ecke von Thiago. Oh, 1-0. Wiedel, der wird wichtig. Der wird wichtig. Keiner hat so viel Kampfkraft. Ronaldo macht der Leine. Manuel Neuer in seinem 90. Champions League-Spiel. Zweimal gefragt, zweimal war er dann. Und wieder schnell die Hand von Neuer raus. Martínez. Game vorbelastet. Oh, Game run. Und hinten wird wieder brennt sich Benzema. Wieder Neuer. Ronaldo. Neuer. Der Mann ist ein Zauberer. Unfassbar. Vorsicht, da ist er. Jetzt kann auch Manuel Neuer nichts mehr machen. Das Spiel ist aus. Bittere Niederlage. Bittere Niederlage. Bittere Niederlage. Bittere Niederlage. Kavakal über die rechte Seite. Schnell reingebracht. Und auf der Linie kehrt Borcheng. Lewandowski auf Robben. Im Strafraum, das muss Elfmeter geben. Lewandowski läuft an. Tor! 1-0 für der FC Bayern. Und da ist der Ausgleich. Das ist noch nicht aus, die Bayern müssen sowieso ein zweites Tor schießen. Also Verlängerung ist noch möglich. Müller auf Lewandowski abgelegt und er war ein Tor! Das ist die gelb-rote Karte für Arturo Vidal. Wie im Hinspiel die Bayern in Unterzahl. Jetzt abgepfiffen von Victor Casay. Es gibt einen Nachschlag. Sergio Ramos in die Mitte. Ronaldo! 115. Spielminute. Angelo geht alleine durch. Birkeling auf Ronaldo. Und da ist das 3 zu 2. Das Hintel gegen Hummels. Und er macht das 4 zu 2. 1. 2. 4. 5. Klemertowski, 7-16er, raus zu Bernat, der legt den Ball zurecht und bringt die Flanke, kommt mal 1-0 durch Arturo Vidal. Da war noch keine zwei Minuten gespielt, auch sagt Nachmaß, so muss es sein. Oh, das war eine riesen Möglichkeit. Thiago, good chip to Müller, Fran Müller, nehme ich jetzt zu it. Guter Ball auf Vidal, der kann wiederköpfen, knapp über das Tor, fast sein zweiter Kopfballtreffer. Es ist der letzte Wissler, 1-0 für Bayern München. Klemertowski Klemertowski Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schöne Reingabe und das ist Santoro wieder ein Tor! 1 zu 1, Santoro wieder macht das lebenswichtige Tor in Lissabon. Kopfball Möglichkeit für Martinez! Tor! Müller! Das ist die Entscheidung! 2 zu 1! It's going to be Taliska. Oh, it's a great free kick. In the end, it finishes 2-2 on the night and 3-2 to Bayern on aggregate. Der FC Porto stößt an. Und es gibt tatsächlich 11 Meter für den FC Porto. Bayern mit einem schnell ausgeführten Freistoß, das könnte doch das 1-1 sein. Another chance für Carresma! Pep Guardiola und Bayern Munich are shell-shocked in Portugal. Jérôme Boateng, schöne Reingabe, Tor! 2-2 ist Thiago! Der Anschlusstreffer durch Thiago, da ist hier wieder alles offen in diesem Spiel. Das ist Ricardo Carresma, das ist gefährlich! Was ist da los heute? Das gibt's doch nicht! Oh, it's come to Jackson Martinez! It's three for Porto! Rode! Juan Bernhard, Ball kommt wieder rein. Kann gefährlich werden, Dante per Kopf! Jetzt der Schlusspfiff von Carballo. 3-1 gewinnt der FC Porto gegen den FC Bayern München. Diese Motto können wir uns gerne anschließen. Müller unterwegs und Fabiano! Erste Riesenmöglichkeit für die Bayern! Und da ist es! Es ist Thiago! Der Anfang ist gemacht! Die Zuschauer stehen auf und applaudieren! Borateng! Unglaublich! Lamp zu Müller! Müller! Lewandowski! Goal! Vor Bayern Munich! 27 Minuten! Absolute magic! Müller, Flachschuss, Tor! Abgefälscht! Wie geht der denn rein? 4-0 durch Thomas Müller in der 35. Messing von Müller! Müller auf Lewandowski! Lewandowski mit rechts! Lewandowski! 5-0! Ja bist du deppert! Bayern kann ein bisschen weit weg und da ist der Ball im Tor. Koffertreffer zu 5-1. Jago geht in Richtung Sechzehner und mit von den beiden in die Ohrens-Gameburg ganz klar. Nächster pre-Kick. Alonso! Koffertreffer! 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 Das macht den Weg! auf dieses Spiel. Robben zieht nach innen, Schuss von Robben, da hat nicht viel gefehlt. Und hier ist es, da ist der Hatter und da ist das Ziel. Nein, Schweinsteiger wird die gelbe Karte sehen. Oh no, Schweinsteiger gets a red card. Die Gäste wird die Gäste. 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 Vielleicht der Mittel. Agawa, sie werden stärker. Die Gäste wird die Gäste. Die Gäste wird die Gäste. Müller, Müller! Thomas Müller, 2 zu 1. Robben, 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 da ist der linke Frust und da ist das Tor! 3 zu 1. Aus, vorbei, Bayern weiter. Ja! 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 2 zu 0! Da geht es! Da ist das 2 zu 0! Klasse! Ribery! Oh, was für eine Reaktion von Neuer! Der war perfekt geschossen! Zweiter Ball! Alavan, der kann das! Balliarella von Bayern, Lahm! Robben mit links! Post! Feinsteiger! Tor! Die Bayern führen 1-0! Pompa aus der Distanz, problemlos für Neuer! Schweinsteiger! Und Pizarro das 2 zu 0! Tor! 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 . 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 Zauber gemacht von Alaba. Zusammenspiel, klasse mit Franck Ribéry. Alaba läuft mit, aber Franck Ribéry zieht zunächst mal nach innen durch, passt dann doch zu Alaba. Der bringt den Ball nach innen, 2 zu 0, Olic, ein Traum konnte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1 zu 0 nach zwei Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das war Mario Gomez Und das ist auch ein Studierend, was für ein unfassbares Tor! Arjen Robben Das war Arjen Robben, wie es sich besser nicht gibt Und die Ecke wunderbar geschlagen von Ribéry Perfekt, perfekt, perfekt! Aus! Der FC Bayern verliert 2 zu 3 in Manchester und ist im Halbfinale der Champions League Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf www.btist Und... Und... Es geht ein bei! Der Ball der Leopold! Vierta die Bedeutung! Der Ball der Leopold! Der Ball der Leopold! Die Ball der Leopold! ... und Foto! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie er wegrutscht auf diesem Elendrasen und das ist Verletzungsgefährd. Rodolski, weggefräst von Gattuso. Odoo, Ziladino, wieder Renzig! Kaka gegen Lucio. Hier trifft er den Ball, klasse Abwehrarbeit von Lucio. Weltklasse, Odoo. Pienlo! Aus dem Nichts dann ein Tor. Reumakai, Talijamidzic, Vardini lässt ihm die Zeit zum Flanken, Pizarro. Und da ist der Ball drin von Beuthen! Da ist das so heiß ersehnte Auswärtstor. Kaka gegen Lucio. Wieder Lucio, wenn er jetzt Elfmeter gibt, dann verstehe ich die Welt nicht. Eine krasse Fehlentscheidung. Kaka, 2 zu 1. Ein Witz! Letzte Gelegenheit vielleicht. Van Beuthen, Tor! Van Beuth mit seinem zweiten Tor. Die Bayern in der Nachspielzeit korrigieren diese Elfmeterentscheidung. Die Bayern in der Nachspielzeit. Die Bayern in der Nachspielzeit war öfter. Die Welt in dem Realistische Kirchstörl. Der HE сл afgesagt! Der Hecht des Eurenscheidung! Der Hecht der Fish in der Nachspielzeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Applaus Effenberg, o remato perigosíssimo! Gerenice com o desvio e Hilário a travar com alguma dificuldade. A Inglaterra empatou nas entas, Capucho vai marcar o Porto, não consegue! Incrível! Entrutamento, um corte, perigoso e Hilário a ficar com a bola, atrapalhou-se Jorge Costa. A Inglaterra empatou o resultado, e aqui também vai resultar! Vai marcar o Porto e não entra! Incrível! Outra vez! Está a tirar o cruzamento de Tronovic, primeiro que tira Effenberg, Jardel parou comete e o golo! Gol do Porto! Vário Jardel! Bata a bola, Jardel e não entra! Oliver Kanda em cima dos isquem, vira o Ardu. Música E ficam no chão o Música E ele já marcado, perigosíssimo! Paulo Sérgio a marcar o gol do Bayern do município! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Und schöner Schuss, natürlich von Michael Tarnath. Schöner Ball von Tarnath und Sergio und das ist Tor! 1-0 für Bayern, klasse! Paolo Sergio und die Führung von den FC Bayern München. Und was für ein Fehler! Und Kahn mit einer Weltklasse-Tanz. Und hier nochmal. Nein, nein, kein Einspiel. Kein Foulspiel und Santa Cruz! Er ist Cardinia, der kann gefährlich flanken. Jardel! Und da ist das Tor! Der Ausgleich! Ist es denn zu fassen? Das gibt Verlängerung! Unglaublich! Unglaublich! Knifflige Situation noch einmal. Scholl. Und das Tor! Das Tor! Die Bayern sind im Halbfinale! Jawoll! Jawoll! Das Tor! Der Ausgleich! Der Ausgleich! Und das Tor! Untertitelung. BR 2018 Matthäus, Elber! Elfenberg, da hinten fehlt die Abdeckung, ist nie los. Elfenberg 2 zu 0. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, da hat Kufu aus seinem eigenen Torhüter das Leben nicht einfacher gemacht. Und da schlafen sie alle und ganz besonders Reuter. Und das war die erste und die war richtig dick für Tana. Und wir fangen gleich wieder bei Null an und dann bald eine halbe Stunde. Ja, Prisator! Ja, Prisator! Ja! 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 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.